halli hallo hallo liebe leute hier ist wieder euer trixie mit einer neuen folge argami mit ihm und euch natürlich ich hoffe euch gefällt das let's play also mir gefällt es bisher so ist was kann wo ich hin muss mal gucken hier irgendwelche gegner haben ist schon mal nix das kann wo ich hin muss hoch schon wieder der miko ich habe etwas gesehen ein traumbild ich habe es auch gesehen das ritual muss eine art verbindung zwischen uns geschaffen haben beim aufwachen hatte ich noch eine vision kurz bevor ich dich getroffen habe was bedeutet das der weiß es gibt nicht viele berichte über das ritual mit dem ich dich beschworen habe hoffentlich finden wir es bald heraus setzen wir uns in bewegung ich darf nicht zulassen dass du dich bei sonnenaufgang rauch auflöst gut warte mal wie bitte habe ich das nicht gesagt dein körper besteht aus schatten berührt dich auch nur ein sonnenstrahl inzwischen bin ich nur froh dass du es mir haupt erzählt hast tut mir leid tolle nette informationen sieh mal da ist eine schriftrolle bei der statua sehen wir uns das mal an f ach gedruckt halten ein unvergebener fähigkeitspunkt finde schriftrollen um mehr über die vergangenheit zu erfahren und marie gamis ganze macht zu entfesseln öffnen fähigkeiten bildschirm mit f1 und vergibt fähigkeitspunkte für neue schattentechniken und verbesserungen kann man sich das auch mal upgraden wie geil ist das denn ich liebe spiele mit upgrades ich liebe sie einfach was haben wir denn da ziele auf eine oberfläche und halte left button um einen schatten fahrzeug erschaffe schatten um dich unbemerkt zu bewegen oder zu vorher beleuchten oberflächen zu springen oh wir haben ja direkt gelernt was gibt es denn noch feines denn treue rabe kurso erkundet das level und zeigt dir die aktuellen ziele nähere dich einer toten wache und lass die leiche verschwinden oh das ist geil das ist richtig geil du hast die auch an dich aufgenommen erstaunlich was auch immer es war es hätte ich haben wir stärker gemacht halten wir weiter die augen offen okay war das jetzt kann sie wieder abbrechen okay schatten erschaffen hat ich machen müssen hab ich und rüber jawohl wie cool ist das denn wenn die schatten essenz ausgibt bleibt einfach einige sekunden im schatten okay machen wir ein bisschen tanken wie viel zieht denn das in englisch das gehalten und gedrückt halten muss man nicht auch mal okay wenn man zieht das jetzt komplett alles achte mal kann es mal voll werden so okay nur ein bisschen okay wissen wir bescheid gut was willst du da hinten schatten erschaffen wieder und hopp oh verdammt jawohl ist das cool das gefällt mir richtig keine gegner immer noch nicht das ist ja seltsam sie ist wie ein tempel dahin sind wir unterwegs ah danke dir endlich mal ein paar informationen hier warum mir ist zu ohren gekommen dass es dort ein tier gibt das uns vielleicht helfen kann ein tier der rabe oder was ein tier ja scheinbar hat es mit der magie zu tun mit der sie mich in die falle gelockt haben du musst es finden naja ich muss und muss du musst dies muss das mal nebenbei darf ich dich eigentlich agami nennen ich denke schon ja ok hier hat mich gesehen ist mir egal es soll durch kommen na komm schnucki komm her und tschüssikowski einer schon mal erledigt da ist ja noch einer shit oh da ist nicht gesehen kommt wenig um und tschüss Oh, oh, fuck, fuck. Oh, oh, schnell mal in Deckung. Japp, ah. Er hat aber noch Alarm geschlagen, oder? Oh, jetzt wird's lustig. Oh, Backe. Wie mache ich das jetzt? Wollen wir jetzt warten, bis die alle kommen, oder? Oh, 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 oh. Wo seid ihr denn alle? Ich glaub, der ist dahinter einer, oder? Ah, da bist du. Nix da, Junge. Schlitzykowski. Jetzt hab ich schnell den Schatten wieder. Uh, das war echt knapp. Das war schweineknapp. Frag mich jetzt nur, wo der ist. Wo bist du denn gelaufen? Ah, da bist du, da bist du, da bist du, da bist du. Komm. Ist da, Alarm. Gefällt mir sehr gut. Komm. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, ich hatte mich schon gesehen, verdammt. Ich war noch dahinter. Hm. Ja, kann doch nicht kommen. Die Schritte kann doch nicht hören. Das passt. Wir gehen aber jetzt da hin. Und killen dich. Jawohl. Sehr schön. Wie, der hat... Ah, ist klar. Ist klar. Ist das eine Leiche? Wieso, der hat das aus der Entfernung gesehen. Haben wir gesehen haben. Na? Wo gehst du her? Na, komm. Tschüss. Hahaha. Schlaf gut. Gut. Okay. Da geht schon mal einer her. Hm. Okay. Uiuiui. Das war knapp. Oh. Nein, 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 nein. Ah, das ist echt schlecht. Ah, wie mache ich das denn hier? Verdammt nochmal. Ich baue echt einen Mist gerade. Kann das sein? So. Den Raios locken. Das ist ein Call. Kommen in Ordnung, der Trick. So. Vergiss du... Ah, der Beste. Na du. Zack. Ab in den Hals damit. So. Wo gehst du jetzt her? Na? Oh, oh. Nein. Alarm ausgelöst. Verdammt. Boah, das ist gar mal so einfach hier. Oh. Ihr seid ja überall hier. Nix da, Junge. Nix da. So, du bist schon mal weg. Gut. Dann holen wir dich als nächstes. Tschüss. Ah, wie geil. Dieser neue Move ist echt cool. Alter, wo seid ihr denn alle? So. Alter, wie viele Wachen sind das denn? Oh, runter? Uh, da ist ja noch einer. Hm, 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 hm. Oh. Huh. 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 So. Zack. Erledigt. Okay, es läuft. Das läuft gut. Nein, das ist keine Leiche. Wo guckst du dich? Wo siehst du das eigentlich? Du bist eine Leiche, Junge. Nummer zwei. Erledigt. Sehr schön. Weißt du, wir sind fast da. In unserem Ziel. Ich hab Angst. Kommen wir da hoch? Oh, wie fett ist das? Mir kommen sogar da hoch. Gibt's hier noch einen? Zwei sogar. Uh. Drei. Alter. Hm, wie töten wir euch denn? Gar nicht mehr so einfach. Oh, 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 oh. Schnell weg da. Scheiße. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich hab keine Schatten mehr. Oh, oh. Schnell Entdeckung. Schnell Entdeckung. Uh. Ne, 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 ne. Was? Der hat mich trotzdem getötet? Was denn das für ein Betrug? Zack. Bin ich mal weg von dir. Ich versuche mal gar keinen zu töten. Ob das geht. Uh. Ich hab gedacht, wir können da oben drauf stehen bleiben. Versuchen wir das einfach mal. Puh. Ich hab's gerade gesehen. Geh mal bitte weg da. Dankeschön. Dankeschön. Uh. Ist ganz einfach. Nein. Boah, fuck it. Ich frag mich gerade, wie man... Jawohl. Ah, ich kann hier oben hin. Müsste doch gehen. Warum sieht er mich eigentlich nicht von da? Das müsste doch gehen eigentlich. Da oben hin direkt. Zack, nach oben. Hihi. So, da sieht mich wenigstens keiner. Zeitverschwendung. Wieso? Ja, war nur der Wind. War nur der Wind. Ich kann mich im Orientieren, wo ich hin muss. Oder hin sollte. Da geht schon mal gar nichts. Da ist ja wieder so ein blöder Gegner. Hm. Ich könnte ihn hier killen, aber will ich nicht. Ich versuche jetzt durchzukommen, ohne einen Anzimmer zu töten. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Und ich glaube, ich werde gnadenlos dran scheitern. Aber ich will es wenigstens versuchen mal. Du gehst also da lang. Du gehst also da lang. Ja, der Schatten spielt hier Streiche. Hast recht. Hier ist nichts. Genau. Ich bin nur der Wind. Ich trau mich nicht hier runter, ey. Nein. Fuck. Ein bisschen Lahm ausgebildet ist auch noch. Doch, die helfen mir. Ah doch, kann ich. Sehr gut sogar. Wir haben ihn verloren. Hihihihihi. So. Laufen wir schnell hier durch. Verdammt. Oh, oh, oh. Oh. Ah. Naja, ich schaffe das nicht. Ich muss die alle töten. Keine Chance. Wir müssen die alle töten. Aber ihm hüpfe ich erstmal da hoch. Den. So, Junge. zack. Er ist das erledigt. Zack, Junge. Bam. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nein, 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 nein. Hahaha. Veräppelt. So. Wunderbar. Dann holen wir uns den da oben. Oh, 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 oh. 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 Glücklicherweise. Wie weit muss ich denn? Bis dahin geht maximal. Okay. Gehen wir da runter. Schatten. Dahin. Killen. Jawohl. Sehr schön. So. Ah, Mann, Mann, Mann. Easy. Das läuft langsam. Müssen wir aufpassen. Uh, 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 uh. Na, kommt, geh mal hin. Hahaha. Eine schöne Falle. Du bist auch weg. Gut. Sehr gut sogar. Na, bewegt sich nicht. Ja, haha, ich war schneller als du. So, wie viel haben wir denn jetzt noch vor uns hier? Ich geh mal aufs Dach am besten oder so. Irgendwo hoch. Damit ich hier was sehe. Oh, 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 oh. Da ist der Nächste. Ja, komm doch auch mal her. Bin ich vollstens für. Hey, bist du in Ordnung? Nicht mehr wirklich. Und auch nicht mehr lange. Dann bist du es auch nicht mehr. Na, wo bleibst du? Fuck. Jetzt hat er mich auch noch gesehen. Perfekt. Gut. Ah, der zweite war auch noch dran. Verdammt. Ey, wie viele Gegner sind das denn, bitteschön? Hätte mich echt mal interessiert hier. Hätte mich echt mal interessieren. Wie viele Gegner sind dahinter, ey? Das ist ja echt zum Mäuse melken. Hallo. Nix einträgigen. Ein Stich durch deinen Hals. Scheiße. Oh, Mann. Könnte doch echt nicht so schwer sein. Versuch das mal über die Dächer. So. Vielleicht geht es darüber ja besser. Möchte ihn von oben töten. Na, du. Uh. Wie, der hat mich trotzdem gesehen. Wo ist er? Was? Warte, ich versuche jetzt einfach mal durchzulaufen. Wir schauen mal, Glücken kommen durch. Bezweifle ich aber. Uh. Uh. Alter, wie viel seid ihr denn? Alter, ihr seid drei noch, ey. Nix, nix passiert hier. So. Okay. Nummer eins. Nummer uno. Ja, was denn? Zack. Uh. Nein, da bin ich nicht. Jawohl. Das war knapp. Das war schweineknapp. Würde ich mal behaupten. Wo ich mich gerade Teil desorientiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer wer ist. Okay. Wusch. Darüber. Nein, nein. Jawohl. Ah, Glück gehabt. Uh, manchmal ist er echt ein Gefummel, da klar zu kommen. Da ist einer auf jeden Fall. Den müssen wir auf jeden Fall legen. So. Ran. Langsam ran. Okay. Jawohl. Sehr schön. Der ist erledigt. Oh, 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 oh. Keiner da. Keiner da. Nein. Oh. Nee. Ich war fast abzielt. Also mal weg hier. Ja. 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 So, dich holen wir als erstes Mal. So, jetzt holen wir dich. Wunderbar. Du bist mir schön weit weg. Du hast nichts gesehen. Schneller um. So, Junge. Komm, komm, komm. Lauf, lauf, lauf. Och, was? Oh, hat auch Vorteile. Jetzt kann ich mich hier durchwurschteln. Doch, die halten mir ewig. Aber wissen die eigentlich, dass ich das bin? Die frage ich mich gerade wirklich. So, schnell hier vorbei. Okay. Dann melden wir uns. Dadurch. Jawoll. Jawoll. Wir haben es gleich. Sehr gut. Die haben sich auch wieder beruhigt, die Jungs. Gott sei Dank. Komm, dich töten wir auch. Wohl. Ne, ihr seid mal zu viele. Definitiv nicht. Komm, langs. Kommt der dichter? Oh, shit. Der kommt dichter. Dann schnell hier hoch. Komm, komm, komm. Na. Oh. Jawoll. Nächster. Ja, wir haben es geschafft. Yay. Hier oben. Oh. Oh. Yeah, Baby. Wir haben zwar ziemlich mies gespielt. Tja. Wem redet der? Bist du der Einzige oder bist du noch einer da? Ah, ich check lieber mal hier durch. So, wie viel seid ihr denn? Eins. Müsstet eigentlich rein theoretisch zwei sein. Ja, da ist noch einer. Der arbeitet dort. Könnt ihr nicht einfach weggehen? Ja, ja. Hm. Ich versuche mich gerade ein bisschen durchzumogeln. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da ist auch das egal, genau. Na, komm, lauf. Die Schöne erledige ich mal besser. Schnell hier weiter. Okay. Wusch. Boah, hier ist ja alles nicht, Schatdeck. Das ist ja ekelhaft. Du guckst in die Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Huh. Knapp. Guckst du immer noch in die Richtung? Der guckt immer noch in die Richtung. Ich glaube, dich muss ich erledigen. Wohl. Ha. Ne, da sind wir hergekommen. Verdammt. Wo muss ich überhaupt hin? Hm. Dich kann man erledigen, auf jeden Fall. Schau mal. So. Dann gehen wir hier hoch. Haben wir noch einen? Nein. Jawohl. Doch nicht, jawohl. Verdammt. Nein. Nein. Ich wollte doch auch hochklettern. Oh Gott sei Dank muss ich nicht alles von vorne machen. Ich habe schon gedacht, ich müsste alles machen. Also, hier muss man hier durchkommen. Frag mich nur wie. Hm. Die bleiben ja immer da stehen, glaube ich. Oh. Du bist erledigt. Gut. Dich holen wir gleich auch vielleicht. Weiß aber nicht genau. Erstmal wieder hoch. Da fühle ich mich. Autsch. Warum fühle ich mich wohler? Ich trau der Wache nicht. Nein. Jawohl. Du bist weg. Nein. 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 Wie kommen wir da durch? Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen den Vogel für uns befreien. Ich weiß noch nicht, wie. Du bist weg. Ich weiß, der sieht mich jetzt, oder? Oh, wie geil hat mich nicht gesehen. Ich, ich habe gedrückt, verdammt noch. Ich könnte gerade so in die Tischkante beißen. Zum Glück habe ich ein Lenkrad von meiner Nase. Yami Yami. So, das ist schon mal erledigt. Ui, das war knapp. Ich möchte ihn auf den Balken hoch. Danke. Oh, oh. Da habe ich was gesehen. Nicht Gutes. Jawohl. Da habe ich dich noch aufgehalten. War aber knapp. Willst du auch bitte weggehen? Hey. Uhu. Ach, da kommt. Das ist ja gut. Sehr gut, sehr gut. Komm. Put, 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 put. Komm, put, put, put. Guck, guck. So. Da haben wir jetzt noch den. Ist das wirklich so? Das wäre cool. Eins. Jawohl. Das ist nur noch der hier. Oh, wie cool ist das denn? Warte, ich muss mal anders töten. So. Jawohl. Oh, tut das gut. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich mache aber trotzdem noch Vorsichtshäuber. Alles langsam. Vor mir hier irgendwen hier übersehen haben. Hier drin. Jawohl. Wir sind da. Wir sind am Ziel. Ich werde bekloppt. Oh, ich bin Kamikaze, ey. Läuft einfach ran. Endlich. Befreien wir ihn. Und dann weiter. Jawohl. Hm. Guter Zeitpunkt. Ich werde versuchen, ihn aufzuhalten. Wen? Wo? Was? Hä? Wen willst du aufhalten? Ich dachte, wir wären fertig mit der Mission. Verdammt. Hä? Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Oder wo ist mein Target? Hallo? Ah, da muss ich hin. Okay. Hi. Ähm, ja. Das wird lustig. What? Boah. Oh, war knapp. Oh, ich habe schnell einen Schatten gemacht. Das war aber echt mehr Glück als Verstand. Wui. Wir sind oben. Okay. Ich frage mich gerade, wie viel Schriftfreunde ich ihn gesehen habe. Das hat ein bisschen Tanken wieder. So. Wir sind doch dichter. Danke. Aber hier ist kein Gegner oder so. Kann das sein. Kann man da oben machen? Was ist denn da oben? Nicht, dass ich noch eine Schriftrolle sehe. Na komm. Machen wir uns bequem. Ach, ich habe keinen Schatten mehr. Oh mein Gott. Da gehen wir wieder runter. Wir tanken gehen mal kurz. Wir brauchen die leider. Ich habe ihn gefunden. Er hatte Angst. Na du, süßer Piepmatz. Das wird ein Ds geben oder so. Auf jeden Fall ziemlich mies, der Rank. Ich bin so oft gestorben. Glaubt ihr gar nicht? Hey, Kollege. Interessante rote Feder hast du da. Ich frage mich gerade ernst auf diese Visionen. Was bedeuten sie? Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dort. Was habe ich benutzt? Ist das Lichtessenz? Wenn du schon die Schattenessenz benutzt, kannst du kein Lichtgeweiter sein. Und du wurdest erst heute Abend geboren. Weißt du noch? Aber wenn ich keine Erinnerung sehe. Was sehe ich dann? Wesen? Traumbilder? Sind das? Äh. Wessen Traumbilder sind das? Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt uns auf den Weg in die Stadt eine Idee. Gut. Und wie kann uns der Rabe helfen? Er hat die Kaio im Auge behalten. Er soll uns zu den Talismanen führen. Hm. Talismanne? Das magische Siegel, mit dem die Kaio mich gefangen genommen haben, zieht seine Kraft aus sechs Talismannen. Wir müssen sie alle finden, um das Siegel zu verbrechen. Finde die sieben Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Wir brauchen sie also alle. Bevor wir dich retten können? Ja. Und dank des Rabens werden wir nicht die ganze Nacht für die Suche brauchen. Hoffentlich. Ja. Die Heilige Sieben, ja? Ist immer noch nicht abgeschlossen. Alter, wie lange geht die Mission denn noch? Alter, Walter. So, wo muss man überhaupt jetzt hin? Ja, Milko. Warum war der Rabe eingesperrt? Vielleicht sollte er nicht in die falschen Hände geraten. Unsauere, zum Beispiel. Warum haben sie ihn nicht einfach... ...getötet? Wer weiß. Aber ich bin froh, dass sie es nicht getan haben. Das stimmt. Wo bist... Gott der Hell, wo ist die hin? Die ist wieder da rein. Müssen wir auch irgendwie rein da, oder? Huch! Oh, oh. Oh, oh. Ich bin festgebackt. Mist. Ah, hier ist der Checkpunkt. Okay, dann werden wir hier stoppen, würde ich sagen. Weil die Aufnahme ist schon lang genug, Leute. Und ich denke mal, ihr wollt die Folge auch noch heute haben. Also, Leute. Man sieht sich. Man hört sich. Man schreibt sich. Bis dann, Leute, Rixi. Ich freue mich über jedes Kommentar. Echt super. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Videos euch anschaut und kommentiert. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.